Es ist so vieles an Hausarbeit zu tun, sollen wir einfach jetzt alles erledigen? Es ist so vieles an Hausarbeit zu tun, sollen wir einfach jetzt alles erledigen? Es ist so vieles an Hausarbeit zu tun, sollen wir einfach jetzt alles erledigen? Okay, gute Idee. Ich mag allerdings Fenster putzen nicht. Kannst du das machen? Okay, gute Idee. Ich mag allerdings Fenster putzen nicht. Kannst du das machen? Okay, gute Idee. Ich mag allerdings Fenster putzen nicht. Kannst du das machen? Ja, kein Problem. Kannst du dann die Kleidung bügeln und den Müll rausbringen? Ja, kein Problem. Kannst du dann die Kleidung bügeln und den Müll rausbringen? Ja, kein Problem. Kannst du dann die Kleidung bügeln und den Müll rausbringen? Okay, das ist fair. Kannst du auch den Boden wischen? Der Wischmopp ist im Schrank. Okay, das ist fair. Kannst du auch den Boden wischen? Der Wischmopp ist im Schrank. Okay, das ist fair. Kannst du auch den Boden wischen? Der Wischmopp ist im Schrank. Kannst du dann die Kleidung bügeln und den Müll rausbringen? Ja, kein Problem. Ich mag es, den Boden zu wischen. Ja, kein Problem. Ich mag es, den Boden zu wischen. Hinterher mache ich dann Essen und dann können wir uns entspannen. Hinterher mache ich dann Essen und dann können wir uns entspannen. Das klingt gut. Was meinst du, soll ich einkaufen gehen? Nein, ich meine, wir haben genug Lebensmittel hier. Nein, ich meine, wir haben genug Lebensmittel hier. Nein, ich meine, wir haben genug Lebensmittel hier. Ich meine, wir haben genug Lebensmittel hier. Vielen Dank.